Ich fange ja als erstes an, die Eingangssteuerung, den Eingangspegel entsprechend einzustellen, das gleiche mit dem Kompressor, sofern ein Mischpol, die sie Funktion hat und ich auch dann mit dem Fader den Ausgangssignal entsprechend eingestellt habe, mache ich dann als allerletztes den Klang, sofern Zeit vorhanden ist und es auch nötig ist. Das heißt, es gibt ja Lautsprecherboxen, die teilweise sehr basslastig sind, habe ich die Möglichkeit, hier entsprechend den Klang einzustellen, sprich pro Mikrofon einzeln das Ganze machen, sprich ich tue jetzt zum Beispiel mal hier die Höhen rausnehmen, das klingt dann so entsprechend, ich gehe ins andere Extrem und dann habe ich natürlich entsprechend den Klang, sprich ich kann natürlich auch Zwischenstufen machen. Hier in der Mitte rastet das jetzt zum Beispiel ein, jetzt gehe ich mal in den mittleren Bereich und gehe natürlich immer in das Extrem, sodass man dann hören kann, wie sich das auswirkt. Natürlich macht es Sinn, dass ich auch irgendwo Zwischenstufen hernehme. Ich lasse das jetzt einfach wieder in der Mitte, sodass ich dann die tiefen Töne entsprechend höre und wie man dann mitkriegt, werden entsprechend meine Tiefen hervorgehoben oder hier natürlich entsprechend reduziert. Und so habe ich die Möglichkeit dann pro Gesprächsteilnehmer oder pro Instrument oder pro Zuspieler den Klang etwas einzustellen, abgestimmt auf die Lautsprecherboxen. Eben habe ich Boxen, die sehr basslastig sind oder sehr höhenlastig sind, habe ich da die Möglichkeit, das entsprechend zu machen. Wohlbemerkt, dass manche Mischpulte nur ein oder zwei Klangregler haben. Wir haben jetzt hier das Glück, dass wir drei Klangregler haben. Es gibt allerdings natürlich auch Mischpulte, die da noch mehr haben. Immer abhängig von Hersteller und Modellvariante. Was natürlich zu empfehlen ist, dass man nicht jetzt wie ich hier in die Extremen geht, sondern wirklich eigentlich nur kleine Änderungen macht und dann einfach sich das auf die Boxen anhört. Da wäre in dem Fall ein Kopfhörer fehl am Platz, weil ich ja dann den Klang über den Kopfhörer einstelle, wenn aber die Lautsprecherboxen einen ganz anderen Klang haben, wo ja auch dann die Saalleute das dann mithören, macht natürlich nicht den Sinn, den Kopfhörer als Referenz zu nehmen und da wirklich einfach dann vorsichtig mit kleinen Einstellungen sich rantasten und einfach ausprobieren.